Moin YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen TikTok-Review. Wir sind gerade 27 Tagestrüh und ich habe euch die Haare neu gemacht. Chat findet super. Ich finde es auch jedenfalls. Sollte es uns hier sind, Christina Aguilera. Lass gerne ein Like da, wenn du das Video let's go und schau dann auch am Stream vorbei. Der einzige Unterschied zwischen Papa und Mama, was ist der? Wenn Mama ein Skelett ist? Ich brauche, ich... Was meine... Genau, der Busen. Die Silikondinger hängen dann immer noch hier. Der einzige Unterschied zwischen Papa und Mama, was ist der? Junge Robert. Robert! Oh, ich muss mich jetzt beilen. Ich muss mal abwursteln gehen. Die Nougat-Schleuse, die drückt. Oh, ich muss mich jetzt beilen. Oh, nein! Du siehst wie ein Streamer. Wie ein Streamer? Ja! Oh, mein Gott! Nur weil ich ein cooles Mikrofon habe. Ja. Bist du? Was, wenn ich dir sage? Es ist kein Mikrofon. Oh, mein Gott. Er hat es sehr gut geplayt. Er hat es sehr gut geplayt. Oh, mein Gott. Ich schwöre. Es gibt auch Leute, die das unironisch nicht stört, so Klopapier zu Hause zu haben. Ich muss auch sagen, das, was in meinem Kopf am wenigsten Sinn macht, sind diese Taschentücher, die du bekommst, wenn du ein Eis kaufst. Wenn du Eis isst. Und dann kriegst du so legit Plastiktaschentücher mit dazu. Da bleibt nicht mehr dran was kleben. Deine Hand bleibt mit, mit dem Eis an deiner Hand, bleibt an diesem Stück Papier hängen. Du kannst nichts damit wegwischen. Das funktioniert nicht. Es saugt nicht auf. Das ist wie, als wäre das Wasser resistent. So schlimm. Ich schwöre immer. Immer. Oh, mein Gott. Genau so. Genau so. Genau so. Aber sie will da gar nicht rein. Oder es war ihr dann zu unangenehm, um reinzugehen. Also, ich liebe sowas. First night in Minecraft. Oh, mein Gott. Im Dirt House. Oh, mein Gott. Niemals würde ich da reingehen. Oh, mein Gott. Schrecklich. Oh, ganz schlimm. Oh, mein Gott. Aber, Junge, dieser eine, der einfach rüberspringt. Junge, wie krank ist er hier? What the fuck? Ich schwöre, Rehe sind für mich die komischsten Tiere, weil die sind gleichzeitig so ein bisschen elegant. Aber dann sind die gleichzeitig auch fucking goofy. Also, jeder von denen bewegt sich so goofy. Schaut es euch an. Die springen auch nicht so elegant und die springen so. Ganz seltsame Tiere. Never. Was? Das war insane smooth. After feeding a hungry fox one day in her backyard, he then brought all of his friends the next day and when she woke up, this is what she seen on her porch. Guten Morgen, sweetheart. Hallo. They then all politely lined up as she threw them some food, just patiently waiting for their turn. Noch ein Fuchs und er hätte Kurama beschwören können. Amin ist schon echt süß. Wie krass ist die gar nicht für das, wie die gar nicht kämpfen ums Essen. Okay, Belina hat ein neues Meisterwerk rausgehauen, längstes Streams, deutscher Streamer. Es sind auch wieder 27 verschiedene Musiksachen übereinander, so wie man es von ihr kennt. Revi, zwei Stunden, 37. So sassy. Day one is trying to find something funny in every city in the world. Comment your city to be next. What is this car doing? Dem geht's gar nicht gut. Das ist ein cooles Format, aber. Das kann sich nicht lohnen. Das ist super cool. Es ist einfach Google Cheap View. Das ist die neue Meta, Leute. I mean, er fährt sehr, 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 sehr gut, aber das tut trotzdem. Junge, neben so Rolls Royce machst du doch nicht so eine Scheiße. Der muss so reiche Eltern haben, dass du dein Kind da einfach durchfahren lässt, weil du dir denkst, ey, wenn da ein Kratzer reinkommt, dann ist das halt so. So plägen alle diese Stachel und sagen ihr, das wäre Sigi. Ich fahr grad vier Paket. Junge, evil. Äh, 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 äh. Happy birthday! You're kidding! You're kidding! Let's go! Action Spider-Man! Do you know, it's an atrocity? Those shoes. I don't know. They were a gift from my wife. No, I think they're great. Willst du, wie sie so ein bisschen aussieht? Ja, aber jetzt kommt ihr wieder mit der Vergleiche, ist scheiße, aber sie gibt mir denselben Vibe wie Skylar White. Das ist für mich irgendwie ein ähnlicher Vibe hier gerade. So dieses, I think it's great. I think it's nice. Das kann, es kann keine gute Idee sein. Boah! Ja, jetzt ist die Sack da drüber was. Was ist da los? Alles sehr stark. Aber die Frage ist, ob es richtig ist. Fred ist richtig? Fred sagt nein! Oh, Fred sagt nein! Charlie, die Pute lässt nach! Es war ein C. What's the note? Vielleicht liegt es am TikTok. The class wasn't in tune. Was it really in an A? Ist es wirklich ein C, Fred? Ich weiß es auch nicht. Oh, der fällt schnell. Oh, der fällt schnell. Sehr witzig. Wer redet denn hier? Dieser ist in der Ampel. Wer redet denn hier? Wir sind mit den Fahrrädern. Rechts neben euch. Rechts von euch. Was? Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Hallo? Was? Ja. Auch cool, oder? Ja, sehr cool. Ihr habt Zehner, neuer was? Ja, Zehner. Genau. Ich bin jetzt maximal schockiert. Wirklich Proximity-Chat. Die haben Headsets im Helm und die sind alle auf derselben Frequenz. Oh mein Gott, wie krass. First pitch slinging. Oh, and first pitch crushing! Oh, man! Oh, and first pitch crushing! Oh! 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 This guy's not your average pizza guy. Oh, that's a high-speed chase. That's a high-speed chase. Yeah. You better have had my fucking car, dude. Oh my God, Jäger! Oh my God, Jäger! There's a high-speed chase on my lap! No! Fucking idiot! Get on the fucking ground! Fucking idiot! Get the fuck on the ground! Alter! Ich dachte, erst für eine Sekunde, er wird gejagt. No! Krank, wie er ihn hat, Junge. Krank. Oh my God! Oh my God! Oh, das ist böse. Oh, das war's. Das war die TikToks-Chat. Das letzte TikTok ist immer wieder schön, kann man aber nichts sagen. Das ist dieses schöne Rauschen am Ende, was da immer kommt, ungefähr so. Das ist einfach beruhigend. Das macht mich eigentlich, das macht mich einfach happy. Das ist einfach schön. Oh, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. мер